Hallöchen und Herzlich Willkommen hier bei Limbo Ja seit längerer Zeit mal wieder ein schönes Projektchen hier am Start Ja warum habe ich längere Zeit nicht aufgenommen Ja weil keine Zeit, schlechter PC und 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 Ihr wisst ja wie es ist So und jetzt wollen wir mal wieder mit Limbo durchstarten Ja wir stehen mal auf hier mit unserem kleinen Manikicken Und dann würde ich sagen wandern wir mal gleich los hier in Richtung Ja in Richtung rechts und gucken mal was uns so erwartet Und ja dann wollen wir mal sehen hier bei Limbo Einige kennen es von euch sicher schon das Game Es ist ein ganz lustiges Indie spielen, macht eigentlich immer Laune Auch wenn es sehr schwarz-weiß ist aber das ist Limbo So kennt man es so Und hier nochmal ein bisschen hüpfen wir und Hier müssen wir runterklettern Ja die Folgen werden jetzt ziemlich unregelmäßig kommen sage ich mal Denke ich mal, ich weiß es nicht Aber ich hoffe ihr könnt das verstehen So wo müssen wir denn jetzt Ich denke mal hier so ne, oder Ne warte, 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 das war anders So Ja ich hab's schon ein bisschen gezockt Ich geb's ja zu, wir müssen hier so ein klein bisschen Äh, schwanken Und hepp Na du komm schon So war das glaube ich Ale, hepp Stützende Tod Nein, wir haben es geschafft So Ab in die Höhle und Körmen Bötchen Ach, du schreckt Was können wir da machen, können wir da was machen Anne Eine Seeffahrt die ist lustig Eine Seeffahrt die ist schön Die第一 Die 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 Noch n kleine Stückchen Und An der Nordseeküste Am Blotdeutschen Strand so äh bütchen 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 so falsche Tast so jetzt ja so komm los 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 und nachgestellten 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 haben wir uns zum Glück nicht äh selbst da äh eingeklemmt whatever und heb darüber und dann und klettern wir hier hoch und dann Schiene ja die anderen Let's Plays hier das Hornet, Cube World und Co die habe ich erst mal auf äh Eis gelegt vielleicht werden wir sie weitermachen aber ich werde erst mal mit diesem Projekt mit diesem Projekt hier weitermachen ich hab's ja jetzt erst begonnen aber weißt ja wie ich mein wir haben eine Falle so die zoppeln wir mal hier ein bisschen beiseite und hepp und nochmal hepp und rüber ja und dann schauen wir mal was für so schönes wie geht was ist das ne Leiche ja was für so schönes gewuppt kriegen uh ah fuck wann hab ich mich erschrocken ich hab die überhaupt nicht gesehen die Scheiß äh Dings Kack Piss warte mal so oft das war so morgen die Falle das habe ich eben überhaupt nicht gesehen und rein den stinkenden Kadaver huch das war so nicht geplant nochmal alle hepp zack so war das geplant und hepp weh waaah schon wieder Scheiße man fail aber nur ein klein bisschen so und hepp ha sag mal kein cooler Move haha ein Auftrag zu angemacht also ist so und alle hepp h so und jetzt muss ich doch darüber oder nicht so geschafft geht doch es geht doch ähm hallo ich hab voll Angst dass ich gleich wieder so ne blöde äh Falle reinlatsch wo ich kein Bock drauf hab ach so ähm hallo hallo wasser ei 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 was ein Glück dass der uns nicht erwischt hat ich glaub naunau pro oder nicht ne ich dachte da kommt noch ne Kugel die uns breitrollen will aber das muss ja nicht sein ne so so und hepp und fand hier gelandet da geht hoch da aber auch und sie kommen wieder hin aaaah die Küfte aus dem Stick mit dem Wässer daraus und eins und zwei und drei so juhu abziehen und ui speed und hepp geil so und hepp und alle bisschen jump in one gaming hier hu hu so was wir hier oben allerdings machen mit doch jetzt aaaah ich I know I know passt mal na nein oh überlebt ich dachte schon bestellen äh wie sterben den Sturz es laber ich nur für ein Blödsinn bis auf schiebe 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 und hepp wir können nämlich auch nicht schwimmen hih Glück habe so was kommt jetzt hier noch Schönes für uns laufen laufen da oben hängt noch ne Falle Warte mal kurz So Musste kurz husten, tut mir leid Wollen wir mal schauen Wo wir Ah, nein Das eklige Viech Ist aber auch eklig Andersreudige Biest Guck Nö So Ist noch nicht runtergefallen Boah, die ist so reuig Die eklige Spinne, ne Wie oft die mich auch Zagt hat der Scheißkackviech, ne Pass auf Und hepp So, jetzt Ui Oh, fail Das war ja wohl nix Das war ja wohl nix So, jetzt aber Hepp Geht doch Wollen wir die blöde Spinne mal ein bisschen rollen, ne Hihi Hallo, na Oma Langbein Ich gitt, ich gitt, ich gitt Na Ich gitt, ich gitt, ich gitt Ach du Scheiße Was denn, voll erschrocken Verdammt Das war ja wieder fail Anwiesen lassen Und Patsch Na 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 Verschwinde, Umi Äh, jetzt klettert die da auf den Baum Ich hoffe mal, wir können hier weiter Ohne, dass sie uns was tut Die Olle, die So Bisschen am surfen Hier runter Und hier geht's weiter Und Dann wollen wir mal schauen So Ähm Was ist das denn hier alles? Geht Wer ist in der Höhle von der Spinne? Oh I Äh Nein 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 Wieso hat die wieder so viele Beine? Wir haben ja doch Huch Voll viel abgehackt Das Märchenruhe Ähm Nein Oh I Gitt Oh Oh Wie glich sind das? Oh, du blöde Spinne Können wir uns hier Irgendwie befreien Wui Ab Ja Oh Ach du scheiße, mehr geht ja nicht Mehr geht ja nicht Oh, und wie werden wir das wieder los? Ich hoffe, dass wir bald nicht, dass wir hier den ganzen Weg hier die ganze Zeit immer hier Äh In so einem Gammel hier rumhüpfen müssen Und Hap Okay Ich 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 Wage es zu bezweifeln Juhu Oh Aha Hier ne Kugel Was sollen wir mit der? Ah, ich weiß Und Hap Und schnell weg Ganz souverän Ganz souverän Und Hap Und Hap Hup Huuu Huuu Ach du scheiße Oh man Das war ja mal wieder ein kleiner Fail, würde ich sagen Hap Ah Ah Fuck Fuck man Scheiße Hap 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 Fühl mich hier gerade wie so ein oller Clown auf seinem Ball hier ah Ah, da kommen schon wieder die Scheißspinnen Schneller Uuaaa Hap 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 Entschuldigung für die Wörter Aber Ich finde sie eklig Hap 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 Wir sind es los. Haben wir einen da im Kopf? Äh, hallo? Unmächtig? Lebt wieder. Und was da da in unserem Kopf ist, das erfahren wir in der nächsten Folge hier von Lippo. Bis dahin. Tschüss.